willkommen bei einer neuen folge von hexen durchgeblättert wir machen mal weiter mit der karibik crowdfunding reihe zudem eben auch noch ein paar andere bände gehören wie zum beispiel hier ritterfürst und bischofslande von bayreuth bis bamberg wie immer haben wir hier ein schönes fast schon limitiertes cover also cover wie bei limitierten wänden meine ich und genauso ist es natürlich dann beim back cover das sieht daneben so aus das kennen die meisten von euch sicherlich auch schon und ein klappentext gibt es dahingehend daneben nicht und bei diesem band wurde sich eben gedacht ja dass man mal wieder ja ich sage mal ein etwas rein gesunden setting band von den deutschen landen machen könnte denn das wurde ja schon mit dem tübingen werwölfe band gemacht und da haben sie dann ja auch jemanden angesetzt der auch im echten leben dann viel mit tübingen zu tun hat und sich da gut auskennt und ja das hat dann eben gut funktioniert die auch dieser band ist wieder aufgeteilt ja in diese drei teile also erstmal was für die spielenden daneben etwas für die spielleitung und dann am ende noch mal ein szenario und wir haben hier dann auch eine rate in dem stil hier im vornachsatz und dann kann ich euch natürlich ab und an mal hier zwischendurch einen einblick geben aber ich werde euch natürlich dann auch immer sagen was da alles so im detail drin steckt in den verschiedenen kapiteln ja angefangen hier mit dem vorwort des autors tobias böner und wie wir haben hier auch noch einen redaktions vorwort von dem guten mirko bader selbst ja und dieser band ist im prinzip der je nachdem wie man es will zweite oder dritte band dieser reihe also wir hatten ja zuerst wie gesagt tübingen und das mit den werwölfen und in diesem crowdfunding gab es dann eben noch dass das mit den untoten marschen das hatte ich jetzt hier eben schon und eben diesen band je nachdem welchen man jetzt als zweiten oder dritten band sehen will ja ist das hier halt der zweite oder dritte band dieser art von reihe wobei natürlich das mit den untoten marschen jetzt sich nicht direkt auf die deutschen lande bezieht aber okay immerhin friesland und so ist ja auch alles drin ja und natürlich haben wir dann hier wieder so einen kapitel öffner und natürlich gibt es dann auch immer so so ein bisschen ingame fluff texte die dann entsprechend in einer nicht immer perfekt lesbaren kleineren schrift gehalten sind jetzt kann man als beispiel ja auch einmal hier so zeigen hier von ingolf von kollmann magister und gelehrter zu berlin ja und das zu beschreibende gebiet wird dann hier einmal kurz angerissen bevor es dann hier wieder weiter geht mit dem reisetagebuch ja und dann haben wir natürlich noch ein paar weitere details die hier offenbart werden beziehungsweise beschrieben werden es gibt natürlich hier ein bisschen was zu dem main dem fluss und ja zu dem fränkischen reichskreis und da gibt es auch noch mal eine schöne große karte die natürlich dann recht klein gedruckt ist klar aber so als übersicht eben ja und dann geht es auch schon mit dem ersten regional teil weiter da haben wir dann hier die markt auf schafft brandenburg külmbach so wie ich das hier sehe und da gibt es natürlich dann auch wieder so eine karte hier dazu ja und bei so einer region da kommt natürlich dann auch erst mal als nächstes die historie der region der mark mit der jüngeren entwicklung vielleicht auch noch mal eine person die dann zwischendurch beschrieben wird und dann natürlich auch die geografie also die historie zum beispiel die ist jetzt auf fast schon zwei seiten also das ist auch nicht so wenig und die geografie die ist dann auch durchaus die eine oder andere seite lang da werden dann auch separat noch mal extra flüsse und quellen genannt und dann hier in der region auch separat auch noch mal das fichtelgebirge ab und an gibt es natürlich so eine schöne schwarz weiß zeichnung ich finde die passen immer sehr schön hier zu hexen und dann eben noch die ein oder andere kleinere siedlung vielleicht und dann natürlich etwas größer bayreuth auch mit einer älteren karte und so ein paar vignetten zur nachhaltigen forstwirtschaft und solchen dingen da wird dann im einzelnen noch mal auf das stadtgebiet eingegangen das markgräfliche schloss den kanzler dort auch von bayreuth und und ein paar weitere teile und separat geht es dann auch noch mal oben hulmbach und den frankenwald das unterland und natürlich soll es dann allgemein auch noch um die bewohnerinnen und bewohner der region gehen da wird auch noch mal ein bisschen unterschieden also das land volk wird dann zum beispiel einzeln beschrieben und die religion kommt natürlich dann auch noch zur geltung und auch separat noch militär die wirtschaftliche situation ja und was zu der ausblick der für die region halt wäre dann geht es weiter mit dem fürstentum barmberg auch hier natürlich wieder eine einleitung kleine erklärung zwischendurch wie hier der unterschied zwischen bistum und fürst bistum auch mal eine karte noch dabei und dann auch da geht es wieder mit der historie los entsprechend illustrationen zwischendurch die jüngere geschichtliche entwicklung wie wir das eben auch eben schon hatten geografie und natürlich dann ist hier das wichtigste die bischofsstadt barmberg da gibt es dann auch eine sehr schöne karte wo ungefähr welche 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 kirchen zum beispiel auch liegen im jahr 1733 ja und natürlich dann in stadt randbezirke und so weiter alles wieder etwas aufgeteilt dann bekommen wir auch noch etwas über hallstadt und daneben freie städte und bedeutsame orte noch des weiteren haben wir forchheim kronach und lichtenfels staffels die staffel stein so um genau dann haben wir noch 14 heiligen und das kloster bands und dann hier noch das sogenannte nebelmeer da ist es dann südöstlich von barmberg erstreckte sich einst der eischgrund benannt nach dem fluss der ihn durchfloss seit langen zeiten war diese region für die tausenden seen und teiche bekannt in denen fischzucht betrieben wurde und wo der angeblich schmackhafteste karpfen der deutschen lande gedieh heute jedoch ist der landstrich rund um die siedlungen höchstadt und adelsdorf verlassen und verflucht aller orten bedeckt von unnatürlichem nebel und so weiter also da haben sie natürlich entsprechend dinge dann auch mal angepasst damit das alles so ein bisschen mystischer hexen mäßiger wird sozusagen ja dann geht es hier natürlich auch noch um bewohner auch gar nicht mal zu knapp und das dom kapitel auch noch mal den deutschen orden separat und auch die ritterschaft der heiligen helena wird hier angerissen die roterer die sozietät vom reiter und noch ein paar weitere parteien die hier noch mal auf über einer halben seite beschrieben werden und dann natürlich militärwirtschaft und dann wieder am ende bewertung und ausblick heißt es hier immer für mich als norddeutschen sind natürlich diese ganzen gebiete bayreuth bamberg und so weiter also das ist das sind ferne kontinente nein so schlimm ist es nicht aber man hat hier oben im norden einfach nicht so die die ahnung von denen von diesen ganzen regionen und regionalen konflikten und der 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 kulturen den subkulturen vor allem auch den historischen weiter im süden oder auch mittel im mitteldeutschland oder auch vielleicht westdeutschland mal das ist immer alles etwas ferner aber deswegen ist es natürlich dann auch echt schön wenn man dann einfach mal in so einer region und deutschland spielt wo man einfach gar keine aktien drin hat also das finde ich auch total spannend da so einzutauchen was da auch irgendwie historisch irgendwelche konfliktherde waren und so weiter also wunderbar und natürlich fokussiert sich also für die die es denn vielleicht nicht wissen natürlich fokussiert sich das jetzt zumindest in diesen ersten rein gesunden publikationen bei hexen mit tübingen und jetzt bayreuth bamberg und so weiter das fokussiert sich natürlich jetzt etwas erst mal auf diese region weil natürlich hier der der verlag und viele mitarbeiterinnen mitarbeiter des verlags natürlich da auch herkommen da beziehungen haben dass wir eine beziehung haben und da irgendwie das auch mit heimat verbinden und so weiter und das ist ja auch völlig legitim und das macht es ja auch irgendwie noch 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 herzblutiger sag ich mal und natürlich haben wir in dem dem grund buch deutsche lande der regional ja da natürlich aus den ganzen deutschen landen irgendwas also da ist ja auch hamburg drin das betrifft mich dann auch mehr weil ich im raum hamburg auch wohne und das ist wirklich dann alles kein problem halt und wir fangen jetzt demnächst auch an endlich mal richtig zu spielen und da werden wir dann auch direkt bei hamburg halt spielen und in hamburg ja dann dann das habe ich in der hitze des gefechts vergessen fast schon das was ich vorhin gesagt hatte diese 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 ansicht hier von bamberg wo man dann auch verschiedene kirchliche einrichtungen oder klösterliche einrichtungen sieht die wollte ich zwischendurch zeigen das habe ich vergessen da seht ihr eben in welchem stil das gemeint war sozusagen ja und dann geht es in das nächste unterkapitel da haben wir eben noch mal die reichsritterschaft der deutschen lande natürlich hier auch wieder mit historie vignetten und echt tollen illustrationen bzw historischen historischen bildmaterial dann wird eben in dieser in diesem historien kapitel noch etwas genauer beschrieben was dann nach diesem schwarzen sturm 1640 passiert ist und dann wird ausführlich der aufbau des fränkischen ritter kreises erläutert und da wird dann auch separat noch mal extra was zu den reichs freiherren im kanton gebirg gesagt und ja nach dann insgesamt so vier seiten war es das dann auch erst mal und das war es dann im prinzip auch mit dem pergamentigen teil für die spielenden da geht es dann eben weiter mit dem etwas grüneren teil der aber noch nicht direkt sl teil ist sondern wie man sieht dann erst mal neue professionen natürlich da haben wir den den wildschutz da haben sie auch noch in irgendeinem ulysses video gesagt dass sie da natürlich nicht das wort jäger nutzen konnten weil das ist ja schon die bezeichnung für die charaktere hier deswegen wildschutz ja aus attentäter und fernkämpfer eben zusammengebaut könnt ihr euch gerne auch hier einmal angucken ja und natürlich wie üblich gibt es dann drei jägerkräfte für die profession nochmal ein bild mit dabei und noch ein bisschen extra infos ja außerdem haben wir dann hier noch den bußprediger als weitere professionen aus nahkämpfer und eiferer zusammengesetzt und der ja tut auch schon ganz hart hier also was sie da immer wieder für neue professionen sich überlegen und manchmal auch rollen natürlich und manchmal auch meister professionen das finde ich irgendwie immer wieder phänomenal wie man da immer noch irgendwelche neuen ideen haben kann also Hut ab ja mit natürlich kleinen extra infos hier wieder und genau hier geht nochmal der kasten ein bisschen weiter äh die profession ein bisschen weiter hier ähm und da gibt es dann tatsächlich auch eine professionsvariante da habt ihr ja gerade gesehen den kirchengardisten und streiterin der helenen auch sehr schön da hat man natürlich auch wieder etwas versucht dass man auch vielleicht für spielerinnen nochmal nochmal ein bisschen was anstößt ähm das ist ja das tolle in diesem ich sag mal alternate history ding ähm dass man natürlich dann einfach sagen kann aus den und den gründen ist das alles ein bisschen anders gelaufen natürlich werden dann auch frauen gebraucht und so weiter und dann ist das alles nicht mehr so genau historisch und alles ein bisschen offener ne ist ja auch dann eine tolle sache ja gut und dann geht es so langsam ans ende von diesem äh teil der spiel für die spielenden natürlich gibt es da noch etwas zu ausrüstung und nützlichem das ist glaube ich in jeden von diesen reingesumten bänden so genau genau hier zum beispiel der erlangener tri wolver danach gibt es natürlich noch ein paar weitere sachen da gibt es noch die geißel den streitflegel das jagdmesser die wilderer büchse noch ein klein extra text zur segnung für waffen und da auch noch mal direkt den den waffensegen beschrieben und wie der im spiel funktionieren könnte wirklich als kleine extra regel auch noch mal schön und dann noch ein bisschen was über die devolutionalien aus dem fürstentum äh fürsten bistum entschuldigung bamberg also sowas wie geweihtes bild geweihte kerze geweihtes kreuz und rosenkranz ja und am ende am ende von diesem kapitel haben wir dann noch ein bisschen was über die jäger aus der region also wieder die typischen namen natürlich berufe auch ein bisschen was zu ordensnamen für mönchen und nonnen vorwissen ja und so weiter und dann kommen wir zu dem sl teil das habe ich jetzt ein ja oder ja mehr oder weniger langsam zu dem sl teil weil nach diesem nach diesem teil gibt es da noch ein bisschen was über das jägerwissen über die entsprechenden verschiedenen regionen das wird dann unterteilt in markkraftschaft brandenburg kulmbach und in das fichtelgebirge auch noch mal aber auch noch zum fürstentum barmberg und zu den reichsrittern also das ist jetzt hier nochmal angehängt in diesem unter kapitel und dann geht es in das große kapitel wo es natürlich dann noch um die geheimnisse oberfrankens geht klar und das hatte ich jetzt am anfang gar nicht gesagt das habe ich bei dem untoten marschenbuch glaube ich gesagt ich werde natürlich jetzt hier euch schon sagen was da ungefähr jetzt kommt aber ich werde eben nicht spoilern in dem sinne ok dann gucken wir einmal kurz ich muss hier einmal separat ok jetzt habe ich es gut müssen wir ein bisschen das tablet bereit machen gut wir haben natürlich dann erstmal ausführlich etwas was was die geheimnisse angeht zu der wahren geschichte der region das ist natürlich klar hat hier und da vielleicht auch mit gewissen pakten zu tun die da irgendwer geschlossen hat so viel spoiler sei zumindest erlaubt auch wieder schöne illustrationen natürlich zwischendurch und ja auch separat nochmal über das fichtelgebirge weil da vielleicht auch spezielle kreaturen leben die vielleicht gewisse dinge wollen sag ich mal und über die wird da wird echt hier teils seitenweise beschrieben also das ist wirklich krass ab und an gibt es auch eine gewisse Feature ja doch Kreatur doch ja und ja auch zu der alten Residenzstadt Bayreuth gibt es natürlich noch einige Geheimnisse klar und da wird dann auch Bamberg direkt nochmal in einem extra Geheimniskapitel groß aufgemacht wo es natürlich auch um gewisse hintergründige Entwicklungen mit Dämonen und so weiter ging und geht das ist wirklich auch schon eine Menge Holz was man hier an die Hand bekommt das ist echt cool und auch um die Deutschritter des St. Jakob ranken sich noch einige Geheimnisse und die Rotera natürlich also alles was wir und die Helene also alles was wir natürlich jetzt vorher schon auch hatten wird hier nochmal aufgegriffen Dienerin vom Heiligen Blut auch das Domkapitel und auch das vorhin erwähnte Nebelmeer kommt hier nochmal zu Geltungen und auch etwas das man den keltischen Sturm nennt auch sehr interessant ja hier und da gibt es anscheinend auch ein paar Probleme mit Vampiren die im Hintergrund irgendwas tun und dann auch separat nochmal recht groß aufgemacht hier die Geheimnisse der Reisritterschaft und da gibt es dann auch ein paar Abenteuer Vorschläge direkt mit an die Hand fünf Stück wie ich das gerade sehe aber auch nur recht kurz immer so einige Zeilen halt nur ja und dann haben wir hier natürlich noch ein Bestiarium wo natürlich die ganzen Monsterwerte hier kommen klar ja ja also man kann schon ohne dass es jetzt vielleicht ein zu großer Spoiler ist kann man schon sagen dass natürlich in der Region auch viel Alben ja umgehen sag ich mal und die sind wirklich auch in aller Couleur hier aufgeführt da gibt es richtig richtig viele verschiedene natürlich auch irgendein dämonisches Zeug und so weiter das ist klar aber was ich auch ganz cool finde bei dem anderen Buch mit den untoten Marschen da gab es ja irgendwie diese Gott wie hießen die denn nochmal diese diese untoten Friesen oder Geisterfriesen oder so diese diese Wikingerartigen Gegner und hier gibt es jetzt so eine Art Äquivalent mit den Kelten das ist irgendwie ganz cool okay das reicht also wirklich extrem weit hier auch historisch zurück bis in die Antike das ist echt cool ja und dann kommen natürlich noch neue NSD-Kräfte wie immer ätherischer Körper und so weiter das muss natürlich alles irgendwie da sein gibt auch eine NSD-Kraft die heißt Macht der Kelten interessant der Zustand Entrückung wird hier auch nochmal extra aufgeführt zwischendurch und ja und dann und dann kommt hier auch schon im letzten Drittel das Abenteuer das hier heißt der Schweden Schatz da wollen wir natürlich jetzt auch nicht groß spoilern aber wenn ich hier mal so gucke worum es überhaupt geht da ist diese Burgruine Neidek im Tal der Wiesent und naja angeblich soll da eben ein ziemlich gewaltiger Schatz sein und und angeblich sollen den drei Bauern Söhne im großen Krieg von den Schweden gestohlen haben eben und ja da gibt es eine gewisse Erbin von einer Familie die möchte dann eigentlich diesen Schatz wieder haben aber da mischen sich dann eben auch noch andere ein wohl und naja da kommt es vielleicht auch noch zu gewissen Todesfällen und so weiter und soweit ich gehört hatte ist das Abenteuer ein bisschen anders als sonst also nicht so dieses übliche Hexenhorror Ding oder so sondern ein wenig bodenständiger Schatzsuche und so weiter ja gut ja und dann kommen hier am Ende noch die Handouts die man sich ausdrucken könnte oder kopieren könnte und dann nur noch hier die Werbeseite und dann kommt hier wieder die Karte und dann sind wir hier auch schon komplett am Ende okay das war dann einmal der Inhaltsüberblick über Ritterfürst und Bischofslande ein Buch bei dem sie auch am Anfang gesagt hatten dass die Titelfindung sehr schwer war weil man nicht so genau wusste wie man das alles was hier so drin ist zusammenfassen sollte aber gut sie haben einen doch noch okayen Titel gefunden wie ich finde und ja ich bin mal sehr gespannt wie sich das mit diesen Bänden weiter erstrecken wird ich meine wir haben jetzt gerade oder ich habe hier gerade den 7.8. 2022 das heißt knapp drei Monate noch warten und dann erfahren wir was beim nächsten Crowdfunding so alles mit drin ist und wer weiß vielleicht mache ich sogar beim nächsten Crowdfunding mal mit aber naja gut ich habe ja beim ich habe ja ganz am Anfang als das alles rauskam mit dem Grundregelwerk und so da habe ich ja zuerst gesagt ich mache das alles mal lieber nicht es wird alles zu viel und so weiter ich habe schon genug Zeug und dann haben immer mehr Leute auch erzählt wie toll das alles ist und so weiter und ich musste mir das dann irgendwann auch angucken und bin mit Cthulhu auf diese Alternate History Sachen sag ich mal ein bisschen heiß geworden und dann tja dann habe ich mir das alles mal angeguckt und dann gab es ja auch immer mehr in den Medien bei Ulysses und dann ja habe ich da auch Blut geleckt habe mir das zugelegt und alles verschlungen und war dann ja auch echt cool geschrieben hat ja richtig Spaß gemacht das alles zu lesen das Grundregelwerk und so und wir haben tatsächlich dann irgendwann auch mal ein bisschen gespielt ich habe da geleitet und das war auch echt cool und dann natürlich wollten wieder alle DSA spielen und dann habe ich wirklich mal das Deutschland Crowdfunding mitgemacht das war alles echt cool aber ab dann habe ich halt wirklich ich habe mir dann rückwirkend nochmal Hexenjagd Hexenzorn gekauft gehabt und dann habe ich wirklich die nächsten Sachen da habe ich halt immer gesagt gut ich ja mache da nicht groß mit so also das soll jetzt keine keine Gegenempfehlung hier sein also macht da ruhig mit wenn ihr da Bock habt also ist auf jeden Fall echt geil nur ja ich wollte halt dann erstmal immer nicht so mitmachen und weil ich dann immer gesagt habe ich ja ich kaufe mir die Sachen dann mal später so ganz in Ruhe und so weiter und dann zwischenzeitlich als Student nicht so viel Geld gehabt und so also die üblichen Sachen halt so aber ich glaube jetzt werde ich werde ich mal sogar wieder mitmachen beim nächsten Crowdfunding ich bin echt gespannt was da kommt denn im Prinzip hatten wir jetzt zwei Sachen was die See angeht Mare Monstrum und die Karibik das sind ja hat mich eigentlich fast schon gewundert dass sie zweimal hintereinander so so Sehgeschichten machen sag ich mal auch wenn natürlich solche Bücher wie dieses hier oder und Tote Marschen noch mit drin war aber gut diese ganzen Karibik Sachen die haben vielleicht auch sehr verfangen weil Corona Zeit und so weiter die Leute konnten nicht in den Urlaub das ist vielleicht dann ja auch mal schön gut aber dann erstmal soweit und dann bis zum nächsten Mal